Ich bin immer noch überwältigt von der Smet-Bow-Verwandlung des vorherigen Videos. Ich bin immer gespannt, ob heute wieder sowas passiert. Wow. Ich mag diesen Hintergrund echt sehr gerne. Oh mein Gott. Du wirst dich freuen. Oh je. Also ich weiß schon mal, dass er dich freuen wird. Das ist ja ein Kampf, den wir abgebrochen hatten. Und dann schrieb er mir im Nachhinein, ey, ich hätte Gigamax-Latras gehabt. Und das kommt dann in diesem Video. Auf alle Fälle. Ja, zigzags. Was machen wir bei dir? Hier. Es ist schon wieder Gala. Die Makamaya. Ach nee. Spirit Break? Machen wir Spirit Break, oder? Yeah. Okay. Freeze Shock. Er kann nicht hier nur das Labras reinschicken, oder? Ich will es doch nicht gleich reinschicken, hallo? Vor allen Dingen, das kann ja gar nichts. Was hat das für Müllattacken? Weißt du, was ist schickig gleichreiten? Ja, jetzt egal. Dann haben wir halt das Heile gleich am Anfang, ey. Das ist paralysiert. Max Guard, Max Guard, Max Guard, Max Strike. Glückwunsch. Also, das ist hier überhaupt keine verschwendete DINAMACS-Benutzung. Aber immerhin reißt es hier einiger... Na ja, also jetzt ist ein zigzags und das wird jetzt immer noch nicht besiegt beim nächsten Angriff. Ich weiß ja nicht so recht, ne? Sieht das nicht ein bisschen anders aus, als auf den Leaks? Ich weiß hier nicht. Das war ein bisschen merkwürdig aus, aber da war es jetzt zumindest. Ach, okay, damit gleich mal wieder aus ist. Ja, toll, ich kann es nicht mal angreifen. Ich kann nichts machen. Na dann, äh... Hey, Antjampa ist auch wieder da. Ich fühle mich, als ob wir den Einkampf nochmal spielen. Ja, Glückwunsch. Echt Glückwunsch. Acid Spray. Bitte sehr. Ach. Ihr seid auch wieder dabei, ja. Ich konnte ja einen Spirit Break nochmal machen, ja, ne? Schon vergessen, oder was? Ach, scheiße. Okay, weißt du, was ist mir egal, wie drüber rum. Ja, wir spielen fast den gesamten Kampf den einen nochmal. Oh, fuck, ey. Ey, immerhin halte ich nochmal durch für den Angriff. So oder so. Okay. Na dann, äh... Hm. Von mir aus, ey. Mach irgendwas. Jetzt kommt eh wieder Ninja-Tom oder so. Ninja-Tom-Ninja, weiß ich nicht. Es kann nichts. Wäre toll für ihn, dass das jetzt gekommen ist, aber es kann einfach nichts. Sturbt jetzt. Ja okay, dann noch nicht. Ha. Oh. Hi, chill. Okay. Hier, mach mal den Tag einfach noch. Du bist eine Runde und Länge überlebt. Damit wir es länger begutachten können. Oder er zumindest. Hoffentlich funktioniert. Ja, toll. Mann. Sag jetzt nicht den Witzens-Dinamaxen auf der Seite. Viel Spaß mit den Attacken. Ja, warum machst du das denn? Das Ding kann auch nichts. Das hast du noch gesehen, dass dann nichts kann, ey. Ja, weil, wo ist die Giga? Hast du jetzt echt gedacht, dass du es mir übernimmst, wenn du mich übernimmst, oder was? Ja, viel Glück bei 119, als ob du jetzt schneller bist. Oh, fuck, ey. Ach komm schon, was solltet der? Weißt du, was? Äh, Geo-Fistose mit 69. Kann ich nicht benutzen. Äh. Was ist das für ein Kahn? Was versuchst du? Electric Seat. Was ist das? Electric Seat. Oh ja, fantastisch. Also, das ist ja... Mann, ey, was soll das denn? Mann, ey, lass doch mal einfach das Ding sterben, ey. Das kann doch sowieso nichts. Mann. Discharge, so. Ey, hab ich den Feuertag gedrauf. Warte, bleh. Oh, Incinerate. Oh, Mann. Ja, okay. Ich möchte doch nicht schneller sein, leider. Goldbeak. Fuck. Na ja. Perish war was? W- Äh. Äh. Was ist das denn, bitte? Hahaha. Das ist ja wie abgängsbundig jetzt automatisch, also durch die Fähigkeit erschienen ist. Boah. Das ist ja auch mal interessante Fähigkeit, ey. Ich erinnere mich, dunkel mal sowas gehört zu haben bei irgendeinem Traitor. Oh, das wird effektiv getroffen. Scheide. Jetzt tauscht der ihr an, natürlich tauscht der jetzt aus. Ja, was auch immer, wenn ich wechseln werde, Alter. Mann, die anderen können halt nichts. Ich muss da reinwachsen. Ich hab keine Wahl. Oh, ho, ho, ho. Ich muss, oh, nee, komm. Ich muss ihn irgendwie baiten. Aber wenn er jetzt Ninja-Turm reinsteckt, dann kriege ich das nicht erwischt, ey. Toll. Und er war, Mann, ey, das ist jetzt dumm, weil jetzt wird er einfach auch Ninja-Turm wechseln und... Ach, ey. Ich steck fest. Ich steck hier echt fest. Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ey. Das ist doch nicht, okay, aber instillate. Komm. Bleib einfach drinnen, Mann. Bleib einfach drinnen. Yes. Warum ist er jetzt drin geblieben, Alter? Hey, also ich hätte ausgetauscht an der Stelle. Jetzt hat er doch hier sauviel Schaden gefressen. Jetzt kann er nicht mehr so schön wechseln gleich. Okay. Von mir aus ist das weg, wenigstens. Ja, ich muss überlegen, natürlich. Ich muss das überlegen. Hä? Warum das denn? Hier. Ich weiß ja, dass ich raus muss. Ich werde das garantiert nicht opfern. Ich bin auf jeden Fall schneller, wahr? Vielleicht auch nicht. Hold hands. Mach hold hands. Was ist denn das, bitte? Ich bin auf jeden Fall scheiße. Ew. Schreib jetzt mal ew. Also ich schreibe. Stahl. Mhm. Bitte. Okay. Oh, ich muss das riskieren. Ich muss riskieren. 49%. So. Ich würde jetzt immer noch viel Schaden machen, eigentlich. Zurück auf Agbo-Qualil bitte. Das ist ja tatsächlich mal so ein richtiger Taktik-Kammer, also ich überlege hier wirklich was ich am besten tun kann. Incinerate. Ich habe gehofft, dass er keine Attacke hat, die da... welches... Was für ein Scheißding? Arschloch, ey, oh mein, hallo? Mann, schlicker. Scheiße, Gerda. Ja. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was ich besser tun kann? Das würde auch nicht reichen. Aber es würde ja jetzt sowieso am nächsten... Oh mein, ey. Hey, komm. So. Das kann sowieso am allerwenigsten. Okay. Jetzt hat er noch sein Ding hier, was... Ach. Wunder. Ich kann nichts mehr machen hier mit dir leider. Also, hau noch raus, was geht. Ja, eben nix. Was mache ich eigentlich. Es war doch klar, dass er jetzt wieder wechselt. Es war doch klar, dass das nix bringt. Ja, das ist hier... Ich kann nix machen mit Trickgefahren. Überhaupt nix. Ich schmeiß das jetzt raus, oder? Was soll ich denn aber noch machen? Das behindert mich ja nur hier. Tch. Mann, ey, was ist das denn so fein, Alter? White Guard, hui. Ey, was hast du denn... Mann. Die Skullpächt. Ja, wir haben einen toten Punkt erreicht, ey. Das ist jetzt einfach mal schon Zug Nummer 47. Das bringt nix. Ich kann nix machen. Nix. Mann. Ich lach mich tot. Ich kann nix machen mit. Oh, das bin ich der Fein. Fuck, jetzt geht nicht. Oh, wie shit. Ey, mach doch einfach, dass es weg ist, ey. Mach doch einfach, dass es weg ist, ey. Ja. Ja. Ja, Leute, was soll ich machen? Das ist jetzt der Kampf hier. Ja. Hier, nochmal Skullpächt. Wuhuuu. Ey. Oh. Oh, nee. Mensch, das ist ja wirklich... Ich weiß, dass das jetzt immer weniger Schaden ist, was er für irgendwas mir egal. Das führt jetzt in Länge. Turn 57, Leute. Und was soll ich jetzt ein bisschen was da machen, oder? Der wird mich verarschen jetzt. Oh mein Gott. Alter, was... Oh. Der wird mich verarschen jetzt. Alter, was... Oh. Was... Okay, dann war's das jetzt, oder? Ach nee, das wird jetzt richtig betroffen, falls da schneller ist. Ich bin schneller auf jeden Fall, nö. Ich bin schneller. Oh, naja, okay. Das war's. Was zur Hölle, ey. Mann, 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 Mann. Unfassbar. Das war's mit dem Kampf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das probier ich jetzt mal. Ich hab den Sohle. Ich will über diesen Töppel haben. Ach nee, ey, komm, Gastronomie. Mann, ey. Das ist... Oh, Gott. Was ist das hier, ey? Ich zeig einfach mal das hier. Was ist das denn? Das sieht so lame aus. Ist das irgendwie so eine Form von diesem Schneiderpum aus der anderen Folge? Okay. Okay. Das könnte das erste Mal sein, dass ich in den Titel irgendwas schreibe, was nichts mit dem Hauptkampf zu tun hat. Das ist jetzt das dritte Mal Landtornimentar versuchen.